Die Titanic Hören Sie! Ich hab sie! Ich lasse sie nicht los! Die Titanic wurde auch das Schiff der Träume genannt. Und das war sie auch. Das war sie wirklich. Geben Sie mir Ihre Hand. Vertrauen Sie mir? Ich vertraue Ihnen. Jetzt öffnen Sie die Augen. Ich fliege! Jack! Man weiß nie, was man als nächstes für Karten kriegt. Man lernt das Leben so zu nehmen, wie es gerade kommt. Weil jeder Tag zählt. Ich werde es nie vergessen, Jack. Ich werde es nie vergessen. Ich werde es nicht sein. Ich werde es nicht vergessen. Und ich werde es nicht so leben. Ich werde es nicht so leben.